Ja, das war... Wir haben eine Ausreisungsgebung überall. Ja. Dann wird man schon etwas wärmer werden. Es ist nicht mehr so sonnig. Die letzten Tage waren ja sehr schön sonnig. Ja. Und im Winter ist Sonne immer mit Kälte verbunden. Weil die Wolken ein bisschen die Kälte aus dem Weltall abkippern. Ja. Guck. Ja, die weiße Tür an diesem schrägen Häuschen da. Das ist deine oben. Daneben ist dein Fenster, weil wir einfach weitergehen. Ach ja. Ja. Das ist unsere Hütte, soll ich sagen. Die stehen eher so quer zwischen den beiden anderen Häusern. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020